Willkommen! Das schwimmende Luxusferien-Resort begeistert seine Passagiere mit Attraktionen, die das Meer näher rücken lassen. Auf drei Decks macht die innovative Außenterrasse Magic Carpet Halt. Hier können Sie Ihren Drink direkt über dem Ozean genießen. Relaxen und erholen bei jedem Wetter. Ob geschützt unter der Glaskuppel oder direkt unter freiem Himmel. Zurücklehnen und entspannen ist hier so einfach. Die Kabinen und Suiten sind persönliche Ruhe-Oasen par excellence. Modernste Annehmlichkeiten, anspruchsvolles Design und der atemberaubende Meerblick werden Sie begeistern. Das wunderschöne Schiff verfügt über zahlreiche herrliche Aussichtsplätze. Genießen Sie exquisite Gastronomie im zeitlos eleganten Ambiente der Restaurants. Auf der Terrasse des Magic Carpets serviert man direkt über dem Ozean kleine Snacks. Bis spät in die Nacht erleben Sie magische Momente. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.